Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, soll ich aufhören, meinen SP, meine SP, meine spezielle Person zu manifestieren? Du kannst nicht aufhören zu manifestieren. Du kannst nicht aufhören, dich zu spiegeln. Du kannst nicht aufhören, dich zu reflektieren. Und wenn du sagst, ja, ich habe keine Lust mehr, ich mag diese Person eigentlich gar nicht mehr, ich will diese Person gar nicht mehr manifestieren, das ist so wahnsinnig schwer, das ist so anstrengend und so weiter und so fort. Dann kann ich dir nur sagen, du kannst den Spiegel wechseln. Aber es macht keinen Unterschied, wo du dich rein spiegelst. Du spiegelst dich in der ganzen Welt, du spiegelst dich in jeder Person und eben auch in deiner speziellen Person. Und egal wie die Situation jetzt ist zwischen dir und dieser speziellen Person, einer speziellen Person, eine spezielle Person kann jeder sein. Das muss nicht irgendwie ein Partner sein oder ein Ex-Partner sein. Denn das ist jeder Mensch, an den du denkst, ist in dem Moment, wo du an diesen Menschen denkst, eine, deine, spezielle Person. Und auch wenn du nicht mehr an diese spezielle Person denkst, irgendwann mal kommt dir diese spezielle Person in den Sinn. Irgendwann mal denkst du wieder an diese Person. Du denkst immer an Menschen, die du irgendwann mal kennengelernt hast. Menschen verschwinden nicht. Menschen gehen dir nie verloren. Menschen sind in dem Moment, wo du an sie denkst, in deinem Leben, in deinem Universum. Also dir die Frage zu stellen, soll ich aufhören, eine spezielle Person oder einen speziellen Partner für mich zu manifestieren? Dann kann ich dir nur sagen, du kannst nicht aufhören. Und jeder Mensch ist das in deinem Universum, in deiner Realität, was du gerade bestimmst. Und wenn du auch nur flüchtig an jemanden denkst, dann ist dieser Mensch genau das, was du über diesen Menschen denkst. Wenn du zum Beispiel an irgendjemanden denkst und sagst, schon lange nicht mehr von dieser Person gehört. Okay, gut, was heißt das aber für dich? Und jetzt wird es interessant. Dann manifestierst du genau diese Realität, die du da interpretierst. Schon lange nichts gehört. Dann kannst du denken, ah, wie es dem wohl geht und ich interessiere mich für diese Person. Möchte doch mal wissen, was das so macht. Wenn du dich nur diese Fragen stellst, wenn du diese Fragen dir stellst, dann hast du schon eine andere mit dir hinter. Was glaubst du? Ist er beschäftigt? Ist er gerade abgelenkt? Oder denkt er nicht an mich, weil ich nicht wichtig bin? Oder denkt er nicht an mich, weil nichts mehr von mir wissen will? All das manifestierst du gerade. All das kommt aus dir. All das besetzt deine Realität. Alle Überzeugungen, alle Meinungen, die du hast, im jetzigen Moment, jetzt, nur jetzt, die sind wahr. Und die definieren deine Realität. Und wenn du Menschen in deiner Realität hast, an die du denkst und von denen du glaubst, die wollen nichts von dir wissen, dann ist es eine Reflexion deines Selbstkonzeptes. Weil wenn mein Selbstkonzept Sachen beinhaltet, wie zum Beispiel diese Aussage, ich bin nicht wichtig für Menschen oder Menschen haben kein Interesse an mir, dann bin ich jemand, der nicht wichtig ist oder an dem Menschen keine Interesse haben. Es ist mein Selbstkonzept und es hat nichts damit zu tun, was letztendlich die andere Person macht, sondern es ist immer meine Interpretation und meine Interpretation ist meine Geschichte und meine Geschichte manifestiert sich letztendlich. Und deswegen kann ich dir nur den einen Rat geben, höre nicht auf, eine spezielle Person zu manifestieren, weil jede Meinung, die du hast, jede Interpretation, die du hast, reflektiert dein Selbstkonzept. Und dann merkst du jedes Mal, wenn du einen unangenehmen Gedanken oder eine unangenehme Interpretation oder eine unangenehme Geschichte über jemanden hast, dann kommt die, weil dein Selbstkonzept unangenehm ist. Und das bedeutet für dich, wow, nein, 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 ich bin jemand, den vergisst man nie. Ich gehe nie vergessen, ich bin wichtig und es ist egal, ob du denkst, ich bin nur wichtig für eine spezielle Person oder ich bin wichtig für alle. Entweder bist du jemand, der glaubt, ich bin wichtig für alle, also auch für meine spezielle Person. Alle Menschen sind von mir begeistert, auch meine spezielle Person. Alle Menschen haben gerne mit mir Kontakt, auch meine spezielle Person. Dann reflektiert das immer wieder dein Selbstkonzept. Und deswegen geht es in beide Richtungen. Die Reflektionen, die du im Außen siehst, die machen dich darauf aufmerksam, was du gerade an Selbstkonzept über dich am Start hast. Und deswegen manifestiere, was das Zeug hält andere Personen, weil letztendlich manifestierst du nur dich und deine Reflektion. Und wenn du ein geiles Leben haben möchtest, wenn du dich als genialen, geilen, geliebten, unterstützten Menschen wahrnehmen möchtest, dann ist es wichtig, dass du diese Reflektion im Außen auch siehst. Und es kann keine Ausnahme geben, weil du bist, du bist. Entweder bist du das, was du bist, dann musst du davon ausgehen, dass du das, was du bist, für alle bist oder du bist es eben nicht. Und das ist so ein großer Trugschluss, den viele immer wieder haben, die sagen, ja, aber für den will ich wichtig sein, für den, dem will ich gefallen. Von dem will ich unterstützt werden, von dem will ich geliebt werden. Und da fangen wir an, in diese Teufelsküche zu kommen, weil dann machen wir Sachen, um geliebt zu werden, um toll gefunden zu werden. Weil wir davon ausgehen, dass wir nicht geliebt sind, weil wir davon ausgehen, dass wir nicht toll gefunden werden, weil wir dieses Selbstkonzept noch am Start haben. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du das begreifst, dass du an dir, an deinem Selbstkonzept, an dem, was du in der Welt reflektiert bekommen möchtest, arbeiten sollst, musst. Und die Person sein und verkörpern musst, die genau so in der Welt steht und von der Welt, von der ganzen Welt gesehen wird. Und du kannst keine Ausnahmen machen, weil es gibt nur ein Ich-Bin. Und deswegen bist du entweder geliebt oder nicht geliebt. Und wenn du einen Menschen, auch nur einen Menschen, auch nur ein Tier in deiner Realität hast, wo du siehst, der mag mich nicht, die mag mich nicht, da werde ich abgelehnt, dann heißt es für dich nur so viel, dass hier noch eine Überzeugung am Start ist, dass du abgelehnt wirst. Und diese Überzeugungen zu finden und sie in die Wahrheit, in die Wahrhaftigkeit, in dein Divine Design zu bringen, in dein Divine Design Selbstkonzept, das ist deine Aufgabe. Und deswegen höre nie auf, spezielle Personen zu manifestieren. Weil genau diese Spiegel, die du erlaubst, tief erlaubst, so wichtig sind für deine Wahrheit und deine Klarheit. Und letztendlich geht es immer wieder nur um dich, was du denkst und was du siehst im Außen, was du interpretierst. Und da hat niemand anders eine Meinung zu haben, außer du nimmst diese Meinung als deine an. Und wenn jemand sagt, der mag dich nicht, die finden dich blöd und du nimmst es als deine Meinung an und sagst, oh mein Gott, ich werde nicht gemocht, ich werde blöd gefunden. Und dann bist du jemand, der nicht gemocht wird und der nicht blöd gefunden wird und der blöd gefunden wird. Und warum? Weil du es glaubst, weil du quasi immer wieder das gleiche Selbstkonzept von dir als wahrnimmst, das eben sagt, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht gewollt, ich bin blöd gefunden, ich werde abgelehnt, ich mache was falsch, ich bin nicht gut genug und so weiter und so fort. Und entweder ist dein Selbstkonzept on point, dann gehst du davon aus, dass alle dich mögen, lieben, unterstützen, toll finden und dann wird es auch deine spezielle Person tun, welche auch immer. Oder du gehst davon aus, dass es Menschen gibt, die dich nicht mögen oder wo du nicht gut ankommst, die keine gute Meinung von dir haben. Dann ist es leider halt auch so, dass im Umkehrschluss alle das eigentlich grundsätzlich von dir finden, auch wenn sie es nicht immer zeigen. Aber diese leise, stille Überzeugung ist bei dir eben so lange noch aktiv, bis du 100% geschifftet hast in dein Divine Design, ich bin. Und das ist so wichtig und dieser Prozess ist nicht einfach, weil die alten Überzeugungen in unserem Unterbewusstsein nicht sterben wollen und sie wollen nicht sterben, weil sie glauben, sie halten uns am Leben. Und genau diese Lügen gilt es aufzudecken und in die Wahrheit zu transformieren. Wenn ich dir dabei helfen kann, melde dich bei mir. Ich habe im Moment wenige 1 zu 1 Coaching Plätze noch frei, wo wir intensiv und tiefgreifend genau an diesen Sachen arbeiten, sie ans Licht bringen und transformieren. So, dass du firm und fest bist in deinem Divine Design Selbstkonzept, das dir sagt, du bist die absolute Erfüllung all deiner Wünsche und Träume. Und wenn du die absolute Erfüllung all deiner Wünsche und Träume wahrhaftig für dich bist, dann werden sie dir im Außen reflektiert. Sei es Geld, sei es Romantik, sei es Erfolg im Business, egal was du möchtest. Es entsteht in dir, es ist die Arbeit an dir und es wird dir kein anderer Weg möglich sein, weil unser Universum ist nun mal nichts anderes als eine Reflexion von dem, was wir über uns und die Welt glauben. Also meine Lieben, ich hoffe euch gedient zu haben und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, liken, kommentieren, weiterempfehlen, denn wir haben ja immer noch dieses Gewinnspiel am Laufen. Du kannst ein 1 zu 1 Coaching mit mir gewinnen, ein 1 zu 1 Gespräch und zwar, wenn wir 2000 Abonnenten auf diesem Kanal haben, verlose ich das unter allen Kanalabonnenten. Also, lasst uns Gas geben, damit ich dieses wunderbare 1 zu 1 Gespräch ganz schnell verlosen kann. Bis dann! Bis dann!